Heute ist der 4. Dezember. Juhu! So, ich soll hier heute die Anmoderation machen von Santiago's Video. Ich hab wirklich die Ehre, das Video von Santiago einzuleiten. Naja, dann machen wir das mal. Hi, ich bin Marvin, 20 Jahre alt, Content Creator und YouTuber. Und so heiße ich übrigens auch auf YouTube. Marvin, alles großgeschrieben mit W. Könnt ihr sehr, sehr gerne mal abonnieren und ein Like da lassen. Würde mich sehr, sehr freuen. So muss das. Aber sag mal, wer bist denn du jetzt eigentlich genau? Ich bin ein guter Kumpel von Santiago. Wir kennen uns schon so ein bisschen, man schon des Öfteren mal essen zusammen, frühstücken, unterhalten uns viel. Und lustigerweise war ich erst selber Zuschauer von Santiago und hatte dann die Möglichkeit, dank seines Managers Santiago persönlich zu treffen. Und dann war er beim ersten Treffen so bodenständig und sympathisch und so ein lieber, süßer Mann, dass er mir beim ersten Treffen dann seine Nummer gegeben hat. Dann haben wir uns noch öfter getroffen, haben uns viel unterhalten. Und Santiago ist wirklich so ein lieber und bodenständiger Mann. Ihr glaubt es gar nicht. Wir müssen mal wieder frühstücken, Santiago, wirklich. Und jetzt würde ich einfach sagen, ganz, ganz viel Spaß mit dem heutigen Türchen. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Heute könnt ihr gewinnen das Spongebob-Album Bobstar.